Im Hintergrund ist ganz normal für den Dezember in Mönchengladbach einfach Schnee. Und dann auch auf einer riesen Rampe mit einer riesen Sprungschanze. Also etwas, was es noch nie gegeben hat hier. Ganz neu, ARAC Big Air Freestyle mit Snowboard und Ski Freestyle Weltcup. Also eigentlich genau das, was man sich wünscht zum Anfang Dezember nach Mönchengladbach kommen und anschließend noch geile Fans gucken mit den Beginnern und den Sportfreunden Stillern. Erstmal war es eine große Überraschung, dass das überhaupt hier stattfindet. Ein Weltcup direkt vor der Haustür quasi für mich, 40 Minuten von zu Hause. Und jetzt freue ich mich einfach tierisch drauf, hier vor großem Publikum, vor Familie und Freunden Ski fahren zu können. Das ist jetzt nicht die erste Rampe dieser Art, die ich springe. Deswegen mache ich mir eigentlich nicht so große Sorgen und freue mich einfach drauf.